Die Frage ist, wie baut man SCDs mit Talent? Was sind SCDs? SCDs im Talentumfeld, im Datenumfeld, sind Slowly Changing Dimensions. Die werden auf dem Data-Browsing verwendet und es gibt verschiedene Typen davon, die bestimmen, wie wir ein bestimmtes Feld, also eine bestimmte Spalte für einen Datensatz historisieren. Wir haben hier ein Beispiel, wo wir diese DB-SCD-Komponente dafür verwenden und diese vier Typen von 0 bis 3. Und zwar gibt es den Typ 0, wo wir das Original behalten. Das machen wir für den Namen, weil man immer nur einen aktuell gültigen Namen haben kann. Dann das Alter tun wir in den Typ 1 rein, wo wir die Werte überschreiben oder wo vom Typ her einfach die Werte überschreibt. Das heißt, wenn jetzt hier jemand 30 ist und dann 31 wird, wird einfach das als neuer Wert reingeschrieben. Also im Prinzip auch keine Historisierung. Und dann haben wir Type 2. Das verwenden wir hier für die Rolle, also für einen Job oder für eine Jobbezeichnung. und da wird jeweils eine neue Row in der Historien-Tabelle, in der SCD-Tabelle hinzugefügt mit einem Timestamp, mit einem Active-Flag und einer Version, wenn wir das haben möchten. Dann der Typ Nummer 3. Da werden wir ein neues Attribut hinzufügen für den Salary. Also gibt es im Prinzip den aktuellen und den vorherigen Wert. So, das heißt, wir gehen mal zum Studio, um das in live anzuschauen und nicht nur theoretisch zu betrachten. In dem SCD-Example haben wir wieder, wie in vielen anderen Beispielen, den Pre-Job mit der Datenbank-Connection und den Post-Job mit dem NDP-Close. Und da haben wir jetzt hier oben eine Komponente drinnen, die mit einer DB Row die Tabelle löscht, die wir als Out-Table benutzen. Ich zeige dir erstmal den Kontext. Und zwar im Kontext haben wir zwei Variablen, die speziell für diesen Job sind, nämlich der In-Table, wo die zu historisierenden Daten drinnen stehen, und der Out-Table, der dann die Historien-Tabelle, also die Slowly-Changing-Dimensions-Tabelle darstellt. Und das ist hier einmal die Staff-Tabelle und dann die Staff-History-Tabelle. Gut, und dann machen wir folgendes. Wir erstellen erstmal für dieses Beispiel die originären Daten und lassen uns die hier dann direkt auf der Konsole anzeigen. Gehen wir mal auf den Job selbst drauf. Wird auch wieder Verbindung aufgebaut, Verbindung geschlossen. Hier mit einer Fix-for-Input-Komponente an die Datenbank ausgegeben. Der Buffer-Aufput, um es dann an den Motor-Job zurückzugeben und Commit im Fall alles ist okay und Rollpack im Fall es dreht einen Fehler auf. Und jetzt schauen wir uns das hier mal an. Wir haben also drei Angestellte mit entsprechenden diesen Spalten. und das wird in die Datenbank übergeben, um den originären Eintrag zu schaffen. Hier im Eltern-Job kriegen wir das dann angezeigt auf der Konsole im Tabellen-Modus. Dann nehmen wir diese Tabelle, die Tabelle Staff her und lesen sie auch mit der bestehenden Verbindung und unter Verwendung der gleichen Kontextvariable. Hier werden auch jetzt wollte ich nicht doppelt draufklicken, sondern würde dir nur die Konfiguration von der Run-Job-Komponente zeigen. Hier wird auch der gesamte Kontext an das Kind übergeben und im Kind-Job gibt es den gleichen Kontext, nämlich hier den In-Table-Name und den Out-Table-Name, damit die die gleichen Werte verwenden. Genau, diese Tabelle wird dann hier gelesen und wird hier an die Hysterisierungskomponente übergeben. Und hier passiert jetzt eigentlich die ganze Magic, wenn man das so sagen darf. Und zwar, wenn wir jetzt hier auf den SCD-Editor gehen, werden erst mal am Anfang alle Felder hier unter unused stehen. Wenn das viele Felder sind, kann ich hier nach bestimmten filtern. Und ich habe jetzt hier, man muss nicht alle aufteilen, es können also auch welche unter unused bleiben, also welche, die weder Source-Key noch Surrogate-Key noch irgendwie einer von den SCD-Typen werden. Hier in dem Fall aber die Felder aufgeteilt, nämlich die ursprüngliche Source-ID ist der Source-Key, denn der Surrogate-Key ist dieser ID SK, SK für Surrogate-Key und die anderen Spalten haben wir dann hier verteilt, wie wir das in dieser kleinen Notiz beschrieben haben. Also der Name wird überschrieben. Im Namen wird das Original beibehalten, Entschuldigung. Das Alter wird überschrieben. Die Rolle bekommt eine komplette Historie. Wenn ich das groß mache, sieht man das auch komplett. Nämlich hier kommt immer in dem SCD-Start die Job-Start-Zeit rein und im Ende ein Null beziehungsweise in den vorhergehenden Datensatz. Wenn er neuer kommt, halt dann auch die Job-Start-Time von der jetzigen Ausführung und dann gibt es noch ein SCD-Version und ein SCD-Active. Und beim Salary gibt es nur zwei Versionen, nämlich den aktuellen Wert und den vorhergehenden Wert. Gut, und diese Daten werden jetzt eben als neue Tabelle, als Out-Table nehmen, also als es Staff-History in der Datenbank abgelegt. Und wenn hier alles okay ist, wird ein Commit gemacht und sonst eine. Rollback hier immer drauf achten, dass wir da noch nicht die Verbindung schließen und hier auch nicht. Hier gibt es noch zwei kleine Besonderheiten in dem Schema, was manchmal mit der Talent-Komponente nicht direkt richtig gelingt. Da solltest du aufpassen, und zwar hier in der Output-Tabelle hatte ich zuerst hier drinnen, dass da noch ein Key auftaucht. Die Ziel-Tabelle kann eben nur einen Key haben und das ist dann der Surrogate-Key, also das hier abhaken. Und was auch wichtig ist, dieses Boolean-Flag hier sollte eine Länge haben von fünf. Das verliert Talent irgendwie immer, wenn ich den Editor aufrufe. So, und dann sage ich hier wieder okay. Und dann simulieren wir jetzt hier mit diesem T1-Job, wo der SCD-Update-Table-Job dahinter steckt, dass jetzt eine Aktualisierung erfolgt, also dass die Werte für die Mitarbeiter sich ändern. Können wir uns das hier mal angucken. Ja, hier in dem Creative-Table haben wir einen Fixed-Frame-Potent drinnen. Da haben wir hier, ich glaube, der Mark Smith ist am Anfang 30 und ist danach, schauen wir nochmal rein, 31. Also das ist ein Update. Das immer schreiben wir, aber einfach. Und dann haben wir der Thomas Johnson ist 32 Developer und hat 12.000. Das war, glaube ich, auch vorher so, genau. Aber dann bei dem Teddy Brown ändert sich ein bisschen mehr. Der ist Tester und hat 13.000 und der ist danach Writer und hat 13.500. Also hier machen wir für den Writer eine, ach, jetzt habe ich es gleich vergessen. Für den Writer machen wir eine komplette Historie, also weil das eine Nummer 2-Typ ist und für den Salary machen wir nur den vorherigen Wert. Also wenn der sich dann wieder ändern würde, würde halt der Vorvorhergehende verschwinden. Genau, und dann tun wir nochmal so, als würden wir den gleichen Prozess nochmal ausführen wie oben. Also im Prinzip ist das hier eigentlich diese vier Komponenten ist genau das hier nochmal kopiert. also wir lesen nochmal die Tabelle, nur sie hat dann halt andere Daten und wird dann eine entsprechende Historisierung über die STD-Komponente vornehmen und auch dann hier lesen wir nochmal die Output-Tabelle, um die historisierten Daten auf der Konsole auszugeben. Also wir geben die Originaldaten aus, überführen die dann erstmal in die Historisierungstabelle, machen dann den Datenupdate, zeigen die aktualisierten Daten dazu an und wir werden dann die Historie dazu anzeigen. Jetzt führen wir das mal aus und wenn Teilen dann auch mal soweit ist, werden wir hoffentlich ein Ergebnis sehen. Genau, und da haben wir sie, die Konsole. Also hier können wir es uns nochmal anschauen. Eins ist Maximus, 30 Tester und 11.000. Der ist jetzt 31.000. Das Alter, haben wir hier gesagt, wird einfach überschrieben, ist also nichts weiter passiert. Dann haben wir den Thomas Johnson, der ist 32 Developer und hat ein 12.000. Der ist auch so geblieben, deswegen gibt es auch für den hier nur einen Eintrag. Und dann haben wir den Teddy Brown, der ist immer noch 33, ist aber jetzt Writer und hat jetzt 13.500. Das heißt, für den haben wir schon mal zwei Einträge. Nämlich haben wir hier als ersten Eintrag den Salary 13.000 und den Previous Salary nichts. Und jetzt haben wir den Previous Salary 13.000 und dann einen 13.500. Und dann haben wir hier jetzt, gut, hier steht jetzt leider nur das Datum drinnen. Das sollte eigentlich ein Datum sein, sehe ich gerade. Ein Fleck, dass der nicht mehr active ist. Und hier ist die STD Version 2, also die neuere Version von diesem Eintrag. Das ist, wie wir die STD Komponenten in Talente verwenden können. Jetzt schaue ich noch mal nach, warum das mit dem Datum hier so ist. Gucken wir mal hier oben, weil das interessiert mich jetzt auch. Okay, hier sehe ich jetzt erst mal nichts, dann gehen wir mal aufs Terminal, melden wir uns hier mal am MySQL an. Sagen wir mal Use Test und Describe Stuff History. Genau, also es ist hier ein Dated Time, sollte eigentlich schon mit rauskommen. Das kann jetzt natürlich sein, dass es was ist, was beim Lesen erst auftritt. Gucken wir hier nochmal dann drauf, gucken wir mal auf das Schema. Es ist schon Dated Time, aber hier steht halt jetzt nur das dann. Okay, wenn wir das jetzt nochmal machen, das hier noch anzupassen und das weiter propagieren, können wir jetzt einfach nochmal gucken, wir müssen nicht alles nochmal ausführen. Also das hier können wir deaktivieren und auch alle die hier nur nochmal uns in Talent die historisierte Tabelle anzeigen lassen. Ja, genau, und das sieht schon besser aus, ne, also sollte eben die Uhrzeit mit dabei stehen, hätte mich gewundert, wenn es nichts wäre, dann wäre es ein ganz schwerer Designfehler in der SCD Komponente von Talent gewesen, also habe auch ich nochmal was gelernt, habe vielleicht da auch was falsch gemacht, aber das ist jetzt die Antwort zu der Frage, wie baut man slowly changing dimensions, also SCDs mit Talent. Talent.